Ja, äh, herzlich willkommen ihr Brez... Hi! Herzlich willkommen ihr Brezligen, merkartigen Schweinebacken. Ich hab mich davon gar nicht irritieren lassen, von dieser komischen Stimme aus dem Off. Ich weiß nicht woher sie kommt, wohin sie will, woher, ja, was sie eigentlich hier auf der Erde zu suchen hat. Naja, jedenfalls stehen wir hier vor der Brezel des Grauens, auch deswegen auch die rote Farbe natürlich, ne. Äh, werden diese jetzt eben hier einsetzen. Sofern Lara mitmacht. Lara, mach hier ne. Die goldene Schlange. Also ganz ehrlich, ich hab's am Anfang immer für ne Brezel gehalten, weil ich den Kopf nie gesehen habe. Sonnenbrezel. Wie, steht der nicht auf? Ne, der muss erst den zweiten reinmachen, sobald Sand reinläuft, dann, ähm... Oh. Genau, Skarab, alles mal. Was ist jetzt los? Ja, ja, das war mein, äh, ja. Abgestürzt? Ne, ich bin auf die Windows-Tassel gekommen. Oh. Glock. Wie wirkten sich das jetzt aus? Gar, gar nicht. Achso, na gut. Wo muss ich denn jetzt? Du musst jetzt einfach nur warten. Wo muss ich denn hier hoch? Ähm, guck mal nach oben. Guck mal nach oben. Moment. Waaah. Der tut hier sowieso nicht viel, also daher. Genau, bleib einfach hier. Wenn möglich ein bisschen kuscheln und das hat sich das schon. Genau. Waaah. Bleh, 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 bleh. Mann, der hat auch schon seit tausenden Jahren keine Frau mehr gesehen. Lass ihn bitte. Bleh, bleh. Deswegen muss er aber noch lange nicht kotzen. Bleh, bleh. Vor allem, ich finde sowieso immer erstaunlich, der ist nur aus Haut und Knochen, weiß, und kann immer noch solche Töne von sich geben. Das ist ein bisschen komisch. Der aus, ja, die schöne Musik. La, la, la. So. Och Mann. Och Mann. Ey, weißt du, da kommt jetzt so schöne Musik, ne? Und so. Und im Hintergrund hörst du immer nur. Lass ihn immer nur kotzen. Ich denke mir, ah, nee. Ich, Semmerkett, der hohe Priester des Horrors, aber sage euch, derjenige, der das Amulett entfernt, entlässt auch Seth wieder in die Freiheit. Dann wird er, der in der Menschheit Morgendämmerung mit den Schakalen durchs Land zog, aufs neue Tod und Verwüstung über die Erde bringen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Seid, der Herrscher über das Böse, wird in die Freiheit entkommen. Seuchen und Heuschrecken werden seine Begleiter sein. Und unter dem zerrissenen Firmament verdirbt die Ernte. Mein vertrauenswürdiger Begleiter ist zurückgekehrt. Das Amulett, Frau! Einmal beschworen, birst das Firmament in tausend Stücke. Das Licht des Sonnengottes Horus wird Seid den Herrn der Finsternis ballen. So, da sind wir wieder, Leute. Wir haben eine kurze Pause gemacht. Ähm, ja. Wir lassen uns aber diesmal nicht töten, ne, Dave? Nein! Außerungsweise nicht. Nimm mal deine Schriftfläche, da hast du sowieso genug Konditionen von. Äh, und ich kann dir ein ganz gutes Geheimnis sagen, falls du es noch nicht weißt. Ich glaube, ich weiß hier, wo eins ist. Ja, okay, alles klar. Ich bin der Profi harter. Hm, auf jeden Fall. War da noch einer? Nee. Nee, die kommen aber immer aus irgendwelchen Ecken. Und ich kann, da ist noch einer. Und da sind noch... Wow, die kommen wirklich... Wow, von wo kommen die bitte? Aber der war... Der ist noch... Ah! Die kommen aus irgendwelchen Ecken, da wo man... Okay. Du musst jetzt schnell den Schlüssel einsammeln, glaube ich. Bin mir nicht mehr sicher. Ah. Hallo. Genau, der geht an sein... Moment. Ah! Schon wieder so entnervt Lara, ne? So, ich hatte mal einen richtig geilen Bug, in dem Lara irgendwie mal alle abgeknallt hätte. Äh, hatte. Oh. Und, ähm, kein Schlüssel rumlag. Muhahaha. Ich bin der Profi harter. Machst du das echt einen Schaden? Muhahaha. Muhaha. Ich bin der Profi harter. Liegt der Schlüssel da bei dir? Moment. Ja, da liegt ein Schlüssel. Gut, alles klar. Aber ich möchte jetzt erstmal hier hoch. Ich weiß, dass man hier hoch kann. Genau. Und wahrscheinlich ist da auch das Geheimnis, was du meinst, ne? Mhm. Ja, aber wie komme ich nochmal da hoch? Du musst einfach kurz hochklettern auf den einen... Nee, nicht da. Moment. Ja, ich möchte aber das Medipack. Achso. Ist da ein Medipack auf dem Boden? Ich sehe die Hälfte vom Boden nicht. Ja, hier ist ein Medipack auf dem Boden. Wahr. So, Moment. Irgendwie... Ups, ich sehe dein Bild nicht mehr. Was machst du? Keine Ahnung. Hm. Siehst du mich noch? Nö. Nö? Das Bild ist jetzt komplett... Also, ich sehe gar nichts mehr von deinem Bild. Es stoppt nicht, sondern es ist komplett weg. Okay. Tja, liebe Leute, wir versuchen dieses technische Problem jetzt einmal zu beheben. Bis später. Bam. Back in time. Yeah. Back in time. Jetzt ist nur die Frage, wie kommen wir da drauf? Du gehst jetzt als erstes mal auf das Podest da vorne, da wo diese Abkante... Äh, Abkante. Die, ähm, die Erhöhung da ist, da wo du gerade eben schon warst. Da hinten. Hm. Ja, ja, das war ja schon meine Vermutung, dass man da irgendwie... Genau. Genau. Und jetzt gehst du da einfach hoch, indem du kurz zur Ecke gehst. Also geh mal ganz nach hinten. Also stell dich mal mit dem Gesicht zur Wand, genau. Und jetzt gehst du mit ganzen Schritten nach hinten mit deinem G-Tasten-Dings. Gehst ganz nach hinten und dann springst du mit Diagonalsprung einfach mal vorne. So. Genau. Jump. Ach so, Speichern. Geschafft. Das war's schon. Ah, ich liebe dich. Äh, also, ne, das Spiel meine ich jetzt natürlich, ja, ja. Ich verstehe schon. Dich natürlich nicht. Nein. Bling. Ah, das Geräusch, das liebe ich immer, ey. Das gibt sogar als Download bei YouTube. Das Geräusch ist genital, äh, genial, äh, ja. Das ist so, dass, das wäre so ein... Bin ich bloß gelandet. Das wäre so ein cooler SMS-Ton. Bling. Ah. Und dann lach er hinterher. Ah. Wenn es ein Medi-Pack nimmt. Ja. Aber das klingt für mich immer entnervend. Ich weiß auch nicht, warum. Aber du musst dann, du musst das... Das wird sich so albern anhören. Im Tal der Geräusche. Aha. No. Bling. No. Ja, ey, das war ich. Jetzt kann ich mich eigentlich hier voll, äh, ablassen, ne? Äh, ja. Weil ich's kann. So. Aber hier, hier kann man doch auch noch irgendwo hin, oder? Kannst du dich abrollen? Roll dich mal kurz ab. Ich bin, ich bin unten. Das heißt, ich schau so da ab rein, welch. Wat? Und der Niederl wird müde. Ich merk schon. Ja, wir können ja gleich Schluss machen. Ich teuer hier, ich... Wir haben erst, wir haben, nee, wir haben erst neun Minuten, das kann ich nicht zulassen. Wir haben erst neun Minuten? Jetzt. Ich bin, hallo, muhahahahaha, ich bin der Profi-Harte. Du hast echt, du hast echt so nen Schaden. Junge, oh scheiß. Da liegt aber, lag da nicht auch mal irgendwas drunter? Nee. Hast du nen Schaden oder so? Nein, hab ich nicht. Ich hab dich, das reicht mir schon. Ich find's immer lustig, bei Tomb Raider Age of Darkness, da ist dieses französische Dings da, also hier spricht der Louvre. Und wenn die dich entdecken, dann sagen die auch immer irgendwie sowas wie, äh, hey, hey, Perioget. Hey, Peugeot. Das findest du so genial. Hey, Perioget. Ey, wir kennen auch Munition. Hey, Perioget. So Leute, äh, ja, äh, die nachfolgenden Folgen werden sich um 10.000 Millionen Stunden verzögern. Äh, ja, wir bitten Sie, dies zu entschuldigen. Ey, wo kommt man hier hin? Nirgends, wo, da ist, glaub ich, einfach nur so... Das ist Grafik-Bug? Nee, das ist, äh, keine Ahnung. Auf jeden Fall kommst du halt nicht durch. Ey, damit komm ich nicht durch, nee. Also wirklich nicht. Da war aber was, da war was, da war was, da war was, da war das, da war was, 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 da war was. Muhahaha, ich bin der Profi-Hater. Nedaal. Das wird so geil. Unsere Zuschauer werden sich fragen, was zur Hölle meint er? Mann, die werden das wahrscheinlich wissen. Das ist der Typ, der immer alle fertig macht, Mann. Die leuchtet einfach nur im Dunkeln, das ist so... Ja. Willst du mich abknallen? Lebst du noch? Ja. Immer noch. Immer noch. Immer noch. Okay, lebt nicht mehr. Cool. Yay, wir haben unser Ziel erreicht. Wir sind früh... Oha, nein. Ha, ich bin der Profi-Hater. Sag es. Ihr könnt mich nicht loswerden, niemals. Sag es. So, jetzt komme ich mir fast vor wie bei GTA. Obwohl ich werde natürlich laden, damit ich die Munition nicht vergeude. An unserem Nedaal. Ach, Quatsch, die kriegt... Guck dir doch... Guck dir doch mal die... Die Stände an von deinem Munitionsdepot. Da hast du bestimmt noch 30.000 Stück, oder nicht? Nein. Spring auf das... Ach, Mädel, du bist doch... Ich finde die Musik immer so geil, wenn ich die höre. Kannst du auch von der Seite einsteigen, Mädel? Vor allem, das Auto ist da ziemlich klein, ne? Nee, multitaskingfähig ist die... Ich glaube, die ist nicht multitaskingfähig. Das ist richtig klein. Das ist wahr. Das ist so klein, dass Lara da fast mit ihrem Arsch entfassen würde. Muss ich echt manuell diesen Scheißschlüssel auswählen? No. Nein, normalerweise nicht. Du musst den Mann eigentlich nur anklicken. Lara, sie sagt einfach no. Will sie nicht? Will sie.